Dankeschön. Luft einfach zu kühlen ist das Teuerste, was es gibt. Es wäre also auch denkbar, wenn Sie leere Fächer haben, dort auch Zeitungen kann man da rein machen. So, Sie haben hier einen Durchfluss von circa zwölf Litern. In jedem Baumarkt bekommt man Durchlaufbegrenzer zu kaufen, kosten 1,50, 2 Euro und nicht mal teuer. Und Sie haben einen Rieseneffekt. Und wenn ich das jetzt durchrechne, was wir alles so bei Ihnen gefunden haben, haben wir die Möglichkeit circa 400 Euro, das sind so 35 Euro im Monat, einzusparen.